Es ist wirklich toll, was die Technik hier heute auf die Beine stellt. Immer die Schwellung wollen, so viele verschiedene Musiker und Robben sind, die anzuprobieren. Machen die toll, und ich finde jetzt merkt man, dass es ein tolles Buch von der Technik einen dicken Applaus gibt. Denn ohne die wäre das alles nicht wirklich heute. Sie merken schon an dem, was hier so steht, es gibt wieder richtig was auf die Ohren und zwar mit traditionellen japanischen Instrumenten. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018